einer der sports den ich super super gerne besuche ist der flow trail siegen einerseits weil es einfach nicht so weit von mir zu hause weg ist andererseits weil die atmosphäre dort immer super schön ist und weil die strecke für so einen ganz entspannten feierabend oder auch einen spaßigen tag mit freunden einfach alles bietet und mitbringt deswegen darf in meiner woche von den top runs der flow trail siegen auf keinen fall fehlen viel spaß beim video ich hätte die auch genommen nachdem sie das scrub rausgebracht haben die kurven gehen auch im siebsten gut ab dem ersten sprung nicht mehr ja gut ja 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 Jaja, ich muss im Bikepark noch Oh, Kata Ja, ein bisschen. Vor allem seitdem der Sprung weg ist. Ja, ein bisschen. Ah! Ja. 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 Ach krass. Jetzt haben sie es aber ernst gemeint mit dem Brett hier. Jetzt haben sie ein richtig dickes Brett hingemacht. Es ist nicht so gut, es ist nicht so gut. Da ist Feuer Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr konntet einen neuen Ort vielleicht entdecken an dem ihr auch gerne mal fahren gehen wollt Allgemein vielleicht inspiriert euch diese kleine Videoreihe für den ein oder anderen Spot einfach mal dahin zu fahren Ob es jetzt noch in dieser Saison ist oder in der nächsten ist ja letztendlich egal Ich hoffe euch allen geht es gut lasst gerne ein Abo da wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin macht's gut